Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch eingeschaltet habt. Keller erstes Level-Up-Rühnchen hier immer. Ich bin im Office und wir machen hier ein kleines Entweder-Oder-Rühnchen. Und ich bin bereit. Abfahrt. Hund. Ich habe selber einen Hund. Ich mag keine Katzen. Also no disrespect an Katzen, aber Katzen kannst du nie einschätzen. Ich bin Hund-Typ. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Auch wenn ich beides habe, aber ich habe mehr Tattoos wie Piercing. Es ist Tattoo. King's Loot, Horror oder Gaming-Box? Horror-Box. Safe-Call-Horror-Box. Ist einfach ein nicerer Stuff drin. FIFA oder Pokémon? Pokémon. Steigt Schalke ab oder halten Sie die Klasse? Das ist sehr blöd. Schalke bleibt drin. Ich treffe mich gleich mit dem Osterhasen und übermorgen mit Batman und wir gehen Kaffee trinken. Schalke steigt ab. Manuel Neuer oder Julian Draxler? Julian Draxler. Gladbecker Jung. Ich komme auch aus Gladbeck. Julian Draxler. Lieber gegen die Teesies oder gegen Gamerbrother? Oh, schwer. Beide nicht hübsch, ne? Also alle drei nicht hübsch. Kann ich mich auch enthalten? Rock'n'Roll oder Elektro? Rock'n'Roll, glaube ich. FIFA 21, Top oder Flop? Schön. Schokolade oder Vanille? Vanille. Strandurlaub oder lieber woanders? Boah, ich bin eher so der Typ fürs Warme. In Kombination mit bisschen noch gucken, haha, ah doch Strandurlaub. Bubble Boom oder Green Wizard? Green Wizard. YouTube oder Twitch? Das ist schwer. Kann ich nicht beantworten, die Frage, ne? Cap vorwärts oder rückwärts? Ne, so wie es hier, so umgekehrt, keine Ahnung. Wenn ich zwei, drei getankt habe, dann auch mal gern andersrum, aber ne, so ist schon okay. PC oder Konsole? Zocken-Konsole. Kochen oder Essen bestellen? Ja, bestellen ist auch Skill. Schlitten oder Skifahren? Snowboard. Cabrio oder Bulli? Bulli. Nie mehr rasieren oder nie mehr Haare schneiden lassen? Überall oder nur hier im Gesicht? Ah, nicht mehr rasieren. Dortmund oder Bayern? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich werd mir jetzt wahrscheinlich keine Freude, aber ich bin da eh am Arsch mit Schalke. Dortmund. Blond oder Brünett? Rothaarig. Aber gefärbt rot so, ne? Also rot, türkis, so verrückte Farben. Glück im Spiel oder in der Liebe? Boah, in erster Linie hab ich nur Glück in der Liebe, glaub ich. Predator oder Pennywise? Pennywise. Singen oder tanzen? Singen. Raoul oder Huntela? Boah, Senor, Raoul, beide gut. Aber Raoul war für mich die größere Magie. Raoul. PS4 oder PS5-Controller? Boah, PS5-Controller. Ich hab mich nicht so lange umgewöhnen müssen. Ich bin bei PS5-Controller. Tag oder Nachtmensch? Nachteule. Pilz oder Kellerbier? Kellerbier ist gut. Shisha oder Wrestling? Ui, das ist natürlich... Boah, aktuell würde ich tatsächlich sagen Shisha. Normalerweise Wrestling. Aber Wrestling ohne Zuschauer? Ich find das langweilig, ne? Ich bin bei Shisha immer. Ja, meine Freunde, und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Waren ja einige interessante Fragen bei. Würde mich hier sehr über eine Bewertung freuen. Vielleicht wart ihr auch ein bisschen überrascht von meinen Antworten. Ich weiß es nicht. Ich würd mir hier recht herzlich, hier drauf, den Simon von den Teezy Jungs wünschen. Weil ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt unterwegs und könnte hier sehr an seine Grenzen kommen bei diesen Fragen. Und dann läuft das. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Tschüss Tschüss. 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 Vielen Dank.